Diese Woche wird überlagert von den Ereignissen und Ausschreitungen in Chemnitz. Begonnen hat es mit dem Tod eines 35 Jahre alten Deutschen. In der Nacht zum Sonntag wurde er erstochen. Mehr wissen wir über ihn bislang nicht. Auch heute, zwei Tage nach der Tat. Keine offiziellen Infos. Nur ein Passant in Chemnitz erzählt, der Mann sei sein Nachbar gewesen und er trauert. Weil ich einen Nachbarn verloren habe, der hilfsbereit, gutmütig, aber mit einem ganz schlechten sozialen Hintergrund aus der Kindheit, der ganzen Erziehung, auch gegenwärtig. Für mich war er ein hilfsbereiter, gutmütiger Typ. Wer der 35-Jährige war, geht gerade völlig unter. Stattdessen wird sein Tod von Rechten instrumentalisiert. Bereits zu einem Zeitpunkt, an dem es nur Gerüchte gibt, noch völlig unklar ist, dass die Tatverdächtigen aus Syrien und dem Irak stammen. Hunderte ziehen durch Chemnitz und hetzen gegen Ausländer. Es kommt auch zu regelrechten Jagdszenen auf Menschen, die vermeintlich fremdländisch aussehen. Hase, du bleibst hier. Du bleibst hier. Hase, du bleibst hier. Hase, du bleibst hier. Hase, du bleibst hier. Die Stimmung ist aufgeheizt. Zwei Tatverdächtige aus dem Irak, aus Syrien. Und bereits in den vergangenen Wochen gab es immer wieder negative Schlagzeilen. Flüchtlinge als Vergewaltiger, Täter, Gefährder. Und nur damit jetzt keine Missverständnisse aufkommen. Darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir streiten. Aber wir wollen auch die zu Wort kommen lassen, die in diesen lauten, schrillen Schlagzeilen untergehen. Tausende Flüchtlingsfamilien, die seit drei Jahren hier im Norden leben, die versuchen Fuß zu fassen. Wie die Familie Abdo aus Syrien, die in Hamburg ein neues Leben begonnen hat und das alte nicht ganz loslassen kann. Rusta und Idris kamen 2015 nach Deutschland, als täglich Tausende die Grenze überquerten. Das ist ein Vulkan. Ihre Familie floh vor dem Krieg in ihrer syrischen Heimat. Heute leben die Geschwister mit ihren Eltern und den zwei älteren Brüdern in einer sogenannten Folgeunterkunft für Geflüchtete. Immerhin eine erste eigene Wohnung in einer Neubausiedlung am Rand von Hamburg. 2500 Menschen leben hier. Alifa Khaled, ihre Mutter, muss oft staunen, wie gut sich ihre Kinder schon im deutschen Alltag zurechtfinden. Mit Schule, mit Freunden, Hobbys. Beispiel, mein Sohn spielt Fußballspielen und Roni Buxen und Rusta Ballett, Rusta und Idris Ballett. Ich arbeite auch in der Schule, mit Langer Langfied, Handarbeit. Ja, auch sehr gut. Ich habe eine Kollegin, sie heißt Gabi, auch sehr nett. Als die Schule Unterstützung für die Handarbeits-AG suchte, war das Alifas Glück. Sie hat in Syrien als Schneiderin gearbeitet. Nun bringt sie den Kindern einmal in der Woche Nähen und Sticken bei. Doch sonst ist es nicht so leicht für die Eltern. Vieles ist für sie bis heute fremd, vor allem die Sprache. Vater Mohamed Abdo war in Syrien Schweißer und Metallarbeiter. Er hatte eine eigene kleine Werkstatt. In Deutschland fängt er ganz von vorne an. Gerade macht er sein zweites Praktikum. Das ist ein bisschen schwer, aber nach drei, vier Mal, nach Praktikum, das ist besser. Das ist gut. Er braucht noch viel Unterstützung von seinen Kollegen. Doch sein Chef ist nicht unzufrieden mit dem syrischen Praktikanten. Der ist pünktlich, der ist leistungsbereit, der ist freundlich, der hat einen guten Umgangston. Der bringt im Prinzip alles mit, was wir uns von einem Mitarbeiter wünschen. Wir wünschen uns, dass seine Deutschkenntnisse besser werden. Die Abdos haben Deutschkurse besucht, aber es fehlt die Übung. Deutsche Nachbarn gibt es hier nicht. Immerhin ist heute die Pastorin zu Besuch. Der Elternabend zum Beispiel, das ist schwierig für mich. Ich gehe zwar hin, aber ich verstehe kaum was. Aber ich gehe trotzdem hin. Wenn ich eine deutsche Freundin hier hätte, die jeden Tag mit mir Deutsch spricht, würde mir das sehr helfen. Ihre Tochter Rusta hat in der Schule Freunde gefunden. Vier Freunde sogar. Warum, Susanna? Aber du hilfst mir doch. Ne, Susanna? Rusta geht jetzt in die vierte Klasse. Am Anfang hatte sie vor allem Angst. Die fremde Sprache. Fremde Regeln. Dass Rusta sich heute sowohl in ihrer Klasse fühlt, hat sie auch ihrer Lehrerin zu verdanken. An die große Herausforderung von damals erinnert die sich noch genau. Wir haben ein paar Tage vorher gehört, da kommen dann vier Kinder in unsere Klasse. Wir hatten auch eine Liste mit den Namen, aber man konnte an der Liste ja nicht erkennen, ob das überhaupt Mädchen oder Jungen sind. Und dann waren sie eines Tages plötzlich da und ein Teil hatte schon einen Schulranzen und eine Federtasche und der Rest hatte gar nichts. Dann mussten wir erstmal versuchen, uns mit Händen und Füßen zu verständigen, was man in der Schule eigentlich braucht. Ein paar waren da so pfiffig, bei den anderen Kindern einfach abzugucken. Mithilfe ihrer Freunde hat Rusta auch immer besser Deutsch gelernt. Hier ist mein Zimmer. Sieht ja ein bisschen klein aus, aber das passt zu mir. Und also hier schlafe ich, habe mein Tätiband hier und ich spiele manchmal mit meinen Freunden hier. Und es ist sehr schön, wenn ich mit meinen Freunden spiele. Das war so schwer, als wir in Deutschland ankamen. Da habe ich gehört, dass die Türken in Afrin einmarschiert sind, um gegen die syrische Opposition zu kämpfen. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich meine Olivenbäume, meine Heimat im Stich gelassen. Aber ich musste fortgehen, um meine Kinder zu schützen. Es ging nie darum, hier reich zu werden. Das Heimweh macht das Ankommen nicht leichter. Dabei gab es seit ihrer Ankunft so viel anderes zu regeln. Jeden Tag kamen Briefe, die sie nicht verstanden. Vom BAMF, der Krankenkasse, Familienkasse, vom Jobcenter. Das Bürokratieland Deutschland hält bis heute immer noch Neues bereit. Diese Schufa. 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 Was will ich Schufa? Das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt. Das Wort Schufa, Sie sind die Ersten, die mich danach fragen. Das wusste ich auch nicht. Steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Das bedeutet, die geben Auskunft darüber, ob sie Kredite haben, Schulden haben. Die ganz große Überforderung der Ersten Zeit sei überwunden, sagt der Sozialberater der Unterkunft. Im Jahr 2015 war es natürlich eine Form von Chaos, eine Unordnung. Die Perspektiven waren nicht klar. Man wusste nicht, was kommt auf einen zu, glaube ich, in alle Richtungen. Und jetzt haben wir ein völlig geordnetes, normales Miteinander, ein Miteinanderleben hier. Man hat Perspektiven, man hat wirklich auch wieder Wünsche, die nicht nur darauf bedacht sind, nicht im Krieg zu sein, sondern man hat jetzt auch Wünsche, eine Ausbildung zu machen und die Sprache besser zu lernen. Nicht so leicht in einer Siedlung ohne deutsche Nachbarn. Oft genug müssen deshalb die Kinder noch für ihre Eltern übersetzen. Die Kinder haben es leichter, ihr Gehirn ist jung, die lernen schnell. Ich bin schon etwas älter und ich habe noch nicht diesen intensiven Kontakt mit Deutschen. Ich brauche also etwas länger. Diese Chance bekommt er nun. Vor wenigen Tagen hat Abdo erfahren, dass er in seinem Betrieb ab September eine Stelle als Hilfsschlosser antreten kann. Wir sind eins. ARD 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 ARD